Stellen Sie sich vor, Straßen sorgen für warmes Wasser zu Hause und am Arbeitsplatz. Oder Sie gehen mit der Familie am Sonntag ins Schwimmbad und das Becken wird durch die Straße beheizt. Was wäre, wenn die Straße selbst dafür sorgen könnte, im Winter von Eis und Schnee befrei zu werden? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Eurovia sind immer auf der Suche nach neuen Technologien, die die Zukunft des Straßenbaus nachhaltig verbessern und Schritt für Schritt einen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Straßen einen Zusatznutzen zu geben. Mit Power Road ist ein Produkt auf dem deutschen Markt, das der Straße einen ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert verleiht. Durch integrierte Wärmetauscher in der Fahrbahn kann bisher ungenutzte Sonnenenergie gewonnen, gespeichert und an die unmittelbare Umgebung ressourcenschonend abgegeben werden. Mit Power Road hat Eurovia ein Produkt erschaffen, das die zukünftigen Asphaltflächen nachhaltig verändern wird. Unternehmen, Städte und Gemeinden haben jetzt die Möglichkeit, nicht nur langlebige Straßen und Parkflächen zu bauen, sondern auch erneuerbare Wärmeenergie zu gewinnen, zu speichern und umfassend ökonomisch zu nutzen. Gestalten Sie gemeinsam mit Eurovia die Infrastruktur von morgen. Die Zukunft der Mobilität beginnt jetzt.